hier ist nichts und ich habe level ab was bin ich springt also hier runter springen bringt absolut nichts was ich auf der seite hier ist aber nichts an den wänden ernsthaft ich muss die ogre töten wie soll ich zwei ogre töten während ich mit vom pfeilen beschossen werde ich habe weder genug energie dafür noch genug mana zeug auf ich kann nicht runter mich aus und weil ich kein essen habe tja ich sag das ungern aber ich habe mich jetzt in eine so große zwickmühle eingebracht und aus der komme ich wohl nicht mehr raus und und Ich meine, da ist mein Nahrungsbeutel und der ist leer. Ja, und wenn ich das Gift-Ding nehme, dann sterbe ich instant. Tja, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Das Problem ist, der einzige Zauber, der mir helfen könnte, ist es Stuff Defense. Nein, ich brauche Spellcraft eigentlich. Das ist auch Spellcraft, oder? Genau hier. Alle Party-Member satt machen. Ja, niemand wurde von ihm geheilt und niemand wurde satt gemacht. Sehr schön. Out of energy. Ich frage mich gerade, hatte der schon vorher das Pfitzelchen rot da? Ja, hatte er. Also, das macht nicht mehr gut. Puhh! Puhh! Und ich dachte gerade, ich könnte die austricksen. Nein. Nein. Ah! Ich frage mich gerade, ob ich nicht irgendwie wenigstens den Rückweg austricksen könnte. Geben wir mal kurz das Autosave, was ich hier gemacht hatte. Wenn nicht, habe ich nur zwei Möglichkeiten, wieder nach oben gehen und gucken, ob ich irgendwo Nahrung herkriege. Was sehr unwahrscheinlich ist. Oder aufgeben. So, hier, das hier hatte ich ja offen. Das macht gar nichts. Habe ich mir gerade eben jetzt den Weg verbaut, oder? Ich glaube, ich habe mir jetzt gerade den Weg verbaut. Darf wohl Steinchen. Ich habe mir wohl jetzt gerade eben wirklich den Weg weiter verbaut. So, und damit bin ich wieder hier. Voll aufgeladen. Kann nochmal hier unten zurückgehen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich da nicht viel machen kann. So, gib mal den da her und dann machen wir hier Quick Save. Und nö. Ich würde eigentlich da gerne reinkommen, ich wüsste nur nicht wie. Okay, Quick Save. Okay. Okay, Quick Save. Nein, das sperrt mich ein. Und das macht nichts Außer Au Ich sitze hier jetzt wieder in der Falle Au Jetzt werde ich totgeschlagen Tja Hier ist der Weg nach draußen wieder Ich meine ich habe den Schalter für die eine Conduit jetzt aufgekriegt Aber Also die hier aber die schießt ja nicht Und ich habe auch nicht den Schalter gefunden Um sie schießen zu lassen Und hier gab es ja leider auch nichts mehr Hier gibt es nur den Weg nach unten In das Gebiet hier wo wir auch nicht mehr weiter kommen Und das war's Tja bleibt mir wohl nichts übrig Als wieder hoch zu gehen Ich habe hier noch einen blauen Gem Den könnte ich da weiter oben Bei dem einen Auge noch benutzen Und ansonsten habe ich nichts mehr Da ist ein Stab drin Da ist eine Schriftrolle drin Hier war noch irgendwo eins von diesen Rätseln Genau Secret A wäre da gewesen Aber ne danke Ich bin nur durch D zurück Jetzt bin ich Hier Kann nur noch den Weg wieder zurück nach oben gehen Ihr leftet behind Didn't you Nein Ich habe es euch gegeben Ja da war dieses Conduit Rätsel Das wir ja auch irgendwie hingekriegt hatten Oh Die können wir wohl wieder mitnehmen Met airplane Das geht Die können wir passieren Und dann Und dann D D Vielen Dank.